Den Nostalgern unter euch wird wahrscheinlich jetzt ein Schauer dem Rücken herunterlaufen, denn wir sprechen über Age of Mythology, ein absolutes Superspiel, das doch unter seinen größeren Brüdern, also Age of Empires, vor allem 2 natürlich, gelitten hat. Denn die 3 ist natürlich schon uralt, man kennt sie, aber das Spiel ist doch ein bisschen untergegangen, obwohl es sehr viele interessante Mechaniken, Animationen und eine super Story bereithält, weswegen ich es hier vorstellen möchte, denn das müsst ihr gespielt haben. Bei allen, die natürlich nicht jetzt unbedingt diesen Nostalgieflash haben, will ich jetzt auch nicht im Dunkeln tappen lassen, denn dieses Spiel ist ein Echtzeitstrategiespiel, ganz im Sinne von Age of Empires, das eine super Geschichte hat und eben den besonderen Touch hat, dass wir in einem Fantasy-Universum uns bewegen, das auf der griechischen Mythologie basiert und damit natürlich auch ganz viele Einheiten, ganz viele Monster einbaut, die es bei Age of Empires 2 und so weiter gar nicht geben kann. Damit habe ich natürlich schon einige Besonderheiten vorweggenommen, aber das ist gar nicht so schlimm, denn wir haben hier wirklich eine Story, die in super Missionen erzählt wird, die man einfach nur nochmal hervorheben kann, die einem immer wieder zurückbringen zu diesem Spiel und einem ständig diese Kampagne wieder vor Augen führt. Eine andere Besonderheit sind die absolut krassen Fähigkeiten, die die Monster, die hier im Spiel zu finden sind, aufweisen. Ihr habt wirklich alle möglichen Animationen, wie zum Beispiel eine Einheit, eine andere durch die Gegend schleudert, wie jemand versteinert wird, wie jemand vergoldet wird und so weiter und so fort. Ihr habt Gebäude, die ganz besondere Gimmick-Mechaniken oder auch gute Mechaniken einbauen und ihr habt eine große Variation in den Völkern, die ihr spielen könnt, was das wirklich zu einem absoluten Rundum-Paket macht und mich, und ja, ihr könnt mich steigen dafür, tatsächlich zu einem größeren Fan von Age of Mythology macht als von Age of Empires 2. Bei Age of Mythology folgte in der Geschichte dem Atlanter Arcanthos und seinem Sohn Kratos in der Erweiterung. Arcanthos ist ein typischer Hero aus der griechischen Mythologie, so wie es schon etwas wie Herkules, Odysseus und so weiter waren oder sind und wir treffen tatsächlich auch so etwas oder solche Leute wie zum Beispiel Odysseus selber innerhalb der Geschichte. Wir werden auch im Trojas Kampf mitkämpfen, wir werden den Hades besuchen und wir werden uns in verschiedene andere Mythologien ergeben, denn nicht nur die griechische Mythologie ist hier vertreten. Fans von ägyptischer Mythologie oder nordischer Mythologie werden hier genauso zufriedengestellt wie eben die Fans von griechischer Mythologie. Ihr findet da verschiedene Anspielungen auf alle möglichen Ereignisse, die in der Mythologie besprochen werden. Bei den Griechen die Titanen, der Kampf mit den Göttern, wie Zeus seinen eigenen Vater einsperrt und gegen die Titanen mit den Menschen, so wie ihr es hier auch im Upscaled Intro sehen könnt, kämpft, um die Titanen wirklich im Tartarus einzusperren und endgültig zu versiegeln. Das ist natürlich super interessant und das geht in Ägypten genauso weiter, denn das Spiel macht das genial, dass die Übergänge zwischen den Kampagnen fließend sind. So suchen wir in Ägypten die Körperteile von Osiris, finden in den Norden die Trolle und erfahren etwas über die Zwerge und Ragnarok und gehen da alle so ein paar Brocken von Geschichte durch. Natürlich alles recht, ich sag mal, leicht serviert. Also ihr habt jetzt da nicht irgendwie total tiefe, verwuchtete Geschichte. Ich persönlich fände das auch super, aber ihr habt es halt so leicht serviert und auch so schmackhaft gemacht, dass ich zum Beispiel als Kind damals das immer genial fand und da mir so viele Sachen auch gemerkt haben und so viel lernen konnte, dass mich das zusätzlich noch beeindruckt hat. Und da habe ich wirklich auch so die Liebe für Geschichte, aber Liebe auch vor allen Dingen für solche mythischen Erzählungen gewonnen, was einfach auch schon sehr fit an, fand ich, sehr gewinnbringend für mich war. Umso toller ist es natürlich, dass ich dieses Video im Rahmen natürlich auch mache, dass bald ein Age of Mythology Retold kommen soll, dass die Grafik nochmal komplett upgraden soll und das wirklich auch neue Features bringen soll. Ja, ich bin natürlich schon froh. Das sind die meisten, glaube ich, die das Spiel sehr gerne gespielt haben. Kann aber auch sagen, dass ich sehr skeptisch bin, weil wir haben auch hier eine Extended Edition, die ich hier zeige und ein paar Clips jetzt einfach mal aus den ersten Troja-Missionen. Wir haben da auch eine Erweiterung, die in den chinesischen Raum geht und die ist ehrlich gesagt nicht so gut angekommen und ist halt einfach auch nicht so gut. Was bedeutet, dass ich die Hoffnung jetzt nicht zu hoch setze. Trotzdem wäre es natürlich für mich und ich glaube, für viele von euch, die jetzt auch dieses Video schauen, aber auch natürlich für die Neulinge, wäre es halt die Chance, dieses tolle Spiel nochmal zu erleben. Diese tollen Einheiten, die schon damals vom Animationsfeuerwerk und von den Fähigkeiten, die sie hatten, beeindruckend waren. Einfach mal kennenzulernen, das mal mitzuerleben. Ich hoffe auch, dass die die Akanto-Story dann so mitnehmen und wenn sie was Neues machen, dann bitte auch ein bisschen Polish da reinbringen. Aber schon allein das im neuen Gewand zu sehen, solange sich da jetzt keine großen Bugs oder Neuerungen finden, die einen wirklich nur auf die Nerven gehen, wäre das natürlich eine absolute Erleuchtung. Ich sehe auf jeden Fall die Kampagne von dem Add-On, die bei der Extended Edition rauskommt, mit diesem Teil des Videos abgehakt. Wie gesagt, ich freue mich auf die neue Version, bin aber immer noch skeptisch. Ich denke aber gerade für die Neuspieler würde ich euch empfehlen, hier einfach mal loszulegen, mal das Spiel zu spielen, auch nach den x Jahren, die das Spiel schon raus ist, werdet ihr noch immer viel, viel Spaß haben. Die Controls sind in Ordnung, ihr habt Schiffbefehle schon da, ihr habt generell ein sehr gutes Interface, wie bei Age of Empires auch. Das heißt nicht, dass ihr das anders spielen könnt oder schlechter spielen könnt. Es ist ja sogar ein bisschen neuer als Age of Empires 2 und damit hat es natürlich nochmal Komfortfunktionen, die bei Age of Empires 2 in der Originalversion nicht dabei waren. Also von daher ist es da ein guter Einstieg und man kann es auch jetzt nochmal sehr gut spielen. Die Grafik ist auch okay gealtert in meinen Augen und mit den neuen könnt ihr dann, wenn ihr das hier mal ein bisschen im Geschmack gefunden habt, günstiger bekommen habt, dann mal richtig rein starten. Kriegt man glaube ich auch über den Xbox Game Pass. Wann es genau rauskommt, weiß man aber glaube ich noch gar nicht. Aber gehen wir lieber ein bisschen mal ins Fleisch des Spiels. Ihr habt verschiedene Fraktionen, erstmal mit dem Originalspiel und ich nehme jetzt wie gesagt das DLC vom Extended Edition nicht dazu. Also im Originalspiel habt ihr drei. Das sind halt die Griechen, die Ägypter und die Nordmänner. Und dann habt ihr noch die Atlanter mit dem DLC, wo ihr auch nochmal eine extra Kampagne dazukommt, bekommt und den Sohn von Akantos halt als Hauptfigur habt. Da sind dann wieder andere Szenarien, wieder andere Geschichten drin. Auch eine sehr coole Kampagne. Kann ich nur empfehlen. Alle vier Fraktionen spielen sich deutlich unterschiedlich. Beginnen wir bei den Griechen. Die Griechen seht ihr hinten im Hintergrund so ein bisschen vor sich hinspielen. Die haben natürlich besondere Mechanismen. Aber bevor wir überhaupt in so ein Spiel hineingehen, müssen wir ganz kurz darüber reden, was bietet uns eigentlich dieses Age of Empires Modell, was wir da hinten drin haben. Ihr habt verschiedene Hauptgötter. Diese Hauptgötter kommen mit einem Set von Untergöttern, die ihr in den verschiedenen Zeitaltern, die ihr natürlich wie bei Age of Empires klassisch, natürlich anwählen könnt. Und da unterscheiden sich die Haupthelden schon in ihrer Grundfähigkeit. Jeder Held hat so eine Spezialfähigkeit, die ich einmal anwenden kann im Spiel. Und die Untergötter haben das ähnlich. Außerdem habe ich immer besondere mythische Einheiten, die jeder Gott mitbringt. Und manche haben auch zwei mythische Einheiten. Manche haben zum Beispiel Wassereinheiten und eine Landeinheit. Und jede von diesen Einheiten haben wiederum spezielle Fähigkeiten. Das ist schon mal sehr wichtig. Dann unterscheiden sich die Fraktionen vor allen Dingen dadurch, wie sie Gunst generieren, um diese besonderen mythischen Einheiten zu produzieren. Und besondere Forschungen, die die Götter auch mitbringen, die verschiedene Einheiten verstärken können. Diese Gunst bei Griechenland relativ einfach. Ihr baut einen Tempel und setzt da Durfbewohner ran, betet den Tempel an. Und dann habt ihr es auch schon geschafft, eure Gunst zu holen. Ansonsten spielt sich Griechenland wie ein ganz normales Age of Empires. Jetzt abgesehen von den ganz mythischen Einheiten. Habt ihr da jetzt einen sehr guten Einstieg ins Spiel. Bei den Nordmännern hingegen sieht das anders aus. Ihr seht hier ein kleines Video hinten. Das könnt ihr auch immer im Spiel abspielen, damit ihr die Information nochmal bekommt. Aber ich filter sie jetzt einfach mal auch für euch nochmal raus. Ihr habt nämlich hier keine normalen Lager, wie jetzt bei Age of Empires, sondern eben diese Ochsenkarren, die tatsächlich als mobiles Lager dienen, was eine ziemlich interessante Fähigkeit ist. Außerdem, und das ist immer das Interessante bei den Wikingern oder den Nordmännern gewesen, ihr müsst kämpfen, damit ihr Gunst gewinnt und mythische Einheiten und die Forschung holt. Das heißt, am Anfang konnte man auch durchaus mal über die Map laufen und mal arme, unschuldige Rehe umklatschen, um so die ersten paar Punkte Gunst zu bekommen, seine erste mythische Einheit zu bauen oder eine wichtige Forschung zu setzen. Und dann kommt noch was hinzu, und zwar seht ihr das gerade im Hintergrund, die Kampfeinheiten müssen oder sind die Bauarbeiter hier im Spiel. Die Dorfwohner an sich können nicht sehr viel bauen außer Farmen, ja, und die können halt Ressourcen sammeln. Unsere Kampfeinheiten sind also unsere Bauarbeiter, was diese Fraktion schon an sich sehr, sehr speziell macht, aber auch nicht ganz so einsteigerfreundlich. Bei Ägypten erhaltet ihr Gunst, indem ihr verschiedene Denkmale oder Monumente baut, die verschiedene Größen haben und dann verschieden schnell Gunst generieren, passiv. Also da kann man auch nicht viel dran machen außer diese Dinger bauen. Dafür braucht ihr meistens sehr viel Gold. Generell ist Gold sehr wichtig für die Ägypter. Auch die Ressourcenpalette unterscheidet sich immer so ein bisschen voneinander. Das heißt, sie haben auch ein bisschen andere Schwerpunkte. Natürlich sind die Einheiten, die normalen Einheiten auch anders. Sind ein bisschen aber auch ähnlich, aber jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Manche Einheiten sind einfach objektiv besser oder werden besser ausgestattet mit verschiedenen Buffs. Von daher passt das schon ganz gut. Ihr habt beim Ägypter dann einen Pharao, das ist also eine Held-Einheit. Generell ist wichtig, jede Fraktion hat Held-Einheiten. Diese Held-Einheiten sind wichtig, um mythische Einheiten zu kontern. Und bei den Ägyptern wären das halt die Priester und der Pharao. Der Pharao kann dann Gebäude beschleunigt, bauen lassen, Gebäude effizienter produzieren lassen und so weiter und so fort. Bei den Ägyptern ist es tatsächlich das mit den Held-Finden schon recht schwer. Man kann aber mit den Priestern ganz gut arbeiten. Den Pharao hat man nur einmal. Zu den Helden komme ich später nochmal. Gucken wir uns erstmal die Atlanta noch an. Die Atlanta haben besondere Dorfbewohner, die kosten deutlich mehr, auch mehr Bevölkerungslimit und sammeln dafür aber alle Ressourcen einfach direkt in ihren Schnappsack, also in ihren Eselkorb da hinten. Und dann verschwinden die auf magische Weise aufs Konto, was tatsächlich eine recht moderne Sache ist, die auch recht stark macht, weil man eigentlich überall Ressourcen sammeln kann. Außerdem können die ihre Einheiten einfach mal so zu Helden upgraden für gewisse Kosten und dadurch kann jeder Einheit mal spontan mehr Schaden gegen mythische Einheiten machen, was ziemlich cool ist. Außerdem kommen sie natürlich, wie ihr am Anfang gesehen habt, mit einer eigenen Palette an Göttern nochmal, anderen Fähigkeiten und schon ziemlich krassen Fähigkeiten teilweise. Sind auch sehr gut, waren zumindest mein Standard, aber ich bin jetzt natürlich auch kein absoluter Pro oder sowas, auch recht stark. Also verglichen auch mit den anderen deutlich auch mal stärker. Gunst generieren sie vor allen Dingen durch Stadtzentren. Um die Heldenauswahl kurz komplett zu machen, die Griechen haben einfach ihre Heroen, die Odysseus, Ajax und so weiter, die sie rekrutieren können, während die Nordmen auf Hersen zurückgreifen, die mit ihren Hammern schwingend dann eben mythische Einheiten umhauen können. Generell spielen sich also alle Fraktionen sehr unterschiedlich. Man merkt das dann auch im Verlauf einer Runde, dass man da ganz anderen Herangang hat, wie man halt gewisse Sachen angehen muss. Und da springen natürlich manche Sachen raus. Jeder hat da so seinen Favoriten. Ich zum Beispiel als kleiner Junge fand natürlich immer die Nordmänner sehr cool. Ich fand generell die Mythologie sehr cool, die Einheiten, dieses düstere Setting, dieses Ragnarok-Beam und halt auch, dass man durch Kämpfe halt die Gunst gewinnen muss, war natürlich auch immer eine extra Herausforderung, weil das dann ein Alleinstellungsmerkmal war. Während ihr merkt, bei allen anderen drei Fraktionen kriegt ihr relativ passiv, gut, bei Griechen muss ich noch Dorfbewohner einsetzen, aber relativ passiv noch Gunst, was bei den Nordmännern halt nicht der Fall wird. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht die Einsteigerfreundlichste Fraktion, aber sie macht halt schon sehr viel Bock, weil man halt weiß, man muss von Anfang an irgendwie auf die Fresse geben. Man muss halt schon Rehe jagen oder sonst irgendwas, damit man halt diese Punkte generieren kann und möglichst halt mithalten kann bei den mythischen Einheiten, den Verzauberungen, den Buffs. Die ihr ja auch von Age of Empires 2 kennt, also ihr könnt natürlich eure NACAP-Anheiten mehr Rüstung geben, mehr Schaden geben und durch mythische Verzauberungen dann noch mehr Schaden oder noch besondere Sachen, die es sonst nicht geben würde und die auch nur bei bestimmten Göttern zur Auswahl stehen. Leitere Besonderheiten wären vielleicht noch, dass die Griechen je nach Hauptgott auch eine besondere Einheit in der Festung bauen können. Das ist auch bei denen eine ganz spezielle Sache. Jeder hat aber irgendwie in der Festung, also in dieser typischen Burg, die ihr aus Age of Empires 2 kennt, dann natürlich irgend so besondere Einheiten, die besonders stark sind oder besondere Vorteile bieten. Die haben auch ganz andere Paletten an Belagerungseinheiten. Die mythischen Einheiten sind ja ganz anders. Das würde jetzt viel zu weit gehen, das alles aufzuzählen. Es ist aber wirklich genial, gerade wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, da habt ihr wieder Stunden über Stunde reinzusenken, nur um die Fraktionen kennenzulernen. Mal ganz abgesehen davon, dass euch die Kampagne schon alleine so 20, 30 Stunden an Spielspaß bietet, wenn nicht sogar noch mehr, wenn ihr teilweise länger braucht oder euch einfach Zeit lassen wollt. Ich kann dazu nur sagen, es ist neben Gothic 2 zum Beispiel die Kampagne und Star Wars vielleicht noch die Kampagne, die ich am meisten in meinem Leben häufig durchgespielt habe. Die habe ich bestimmt schon 3, 4, 5 Mal gespielt. Das ist wirklich genial. Da kommt nur noch Gothic 2, wie gesagt, mit und vielleicht noch StarCraft, wobei Gothic da schon deutlich abgeschlagen ist. Was natürlich klar ist, wer Gothic 2 kennt, weiß, warum das so ist. Natürlich auch absolutes Nostalgiefeuerwerk. Aber das ist schon für mich dann, oder vielleicht sagt es euch auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass diese Kampagne halt so einen super Spielwert hat, dass man sie auch immer wieder alle paar Jahre mal auspackt und sie sagt, ey, das spiele ich nochmal, damals auch mal auf leicht, auf normal, auf hart. Also es macht halt wirklich Bock, diese Geschichte zu folgen und wenn ihr sie kennt, könnt ihr auch besser mit den Sachen umgehen. Aber jede Mission oder fast jede Mission bietet auch immer einen guten, interessanten Herangang ans Design und ist nicht irgendwie total langweiliges, baue mal auf und hau drauf, sondern hat wirklich immer seine Vor- und Nachteile oder seine Besonderheiten. Gehen wir noch als letztes auf ein paar Punkte ein und zwar ist mir einer der wichtigsten Punkte das Sounddesign. Also man muss erstmal vorweg sagen, dass die Stimmen und so weiter, glaube ich, eher aus Freestyle entstanden sind, jetzt nicht aus historischer Akkuresse oder sowas. Trotzdem, glaube ich, weiß jeder, wenn wir sagen, Prostagma, woher wir das kennen, denn das kennen wir aus Age of Mythology. Und damit grüßen die auch bei Retold zum Beispiel im Intro oder bei der Vorstellung direkt die ganzen Zuschauer. Das heißt, sie haben sich schon irgendwo eingebrannt, auch wenn sie nochmal, Disclaimer, nicht historisch akkurat sind, sondern eher halt irgendwo aus dem Freestyle der Entwickler herauskommen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Hören wir stattdessen mal lieber in Soundtracks von den verschiedenen Kulturen und dem Hauptmenü hinein, dann versteht ihr schon, warum wir wieder eine super Soundqualität haben, erhältlich wie bei allen Age of Empires, die wir natürlich kennen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ich finde, man erkennt ganz klar, dass die Soundqualität top-notch ist, gerade wenn man denkt, wie alt dieses Spiel ist und wie sehr diese Tracks einen mitnehmen. Also weil ich dieses Ägypter-Theme zum Beispiel höre, weiß ich sofort, das ist doch Age of Mythology. Ich weiß natürlich bei den Begriffen von manchen Einheiten, wie gesagt, auch wenn sie nicht authentisch sind, sofort, ey, das ist aus Age of Mythology, das sind die und die Einheiten oder das sind die Aussagen. Zum Beispiel das Brunze von den nordmännischen Arbeitern ist einfach super im Kopf hängen geblieben. Das heißt, wir haben hier eine extrem hohe Qualität, die man auch auf jeden Fall hervorheben sollte. Ein weiterer Punkt, der ein bisschen die Community gespalten hat, oder zumindest war es mein Gefühl, dass viele Leute das nicht gerade toll fanden, ich bin da jetzt auch nicht begeistert drüber gewesen, ist einfach, dass wir Stadtzentren nicht einfach irgendwo hinbauen können, wie bei Age of Empires 2, was ja nun massiv eben der Punkt ist, wie könnt ihr Wirtschaft erhalten, indem ihr verschiedene Stadtzentren auf den Bereich eurer Basis baut oder um den Bereich herum in strategische Positionen. Hier ist es so, dass ihr tatsächlich verschiedene Stadtzentren habt oder Positionen für Stadtzentren habt, auf die ihr die bauen könnt und nur da könnt. Das heißt, ihr seid darauf sehr eingeschränkt, wo ihr die Stadtzentren baut. Kann ich durchaus verstehen, dass man das kritisch sieht, ist nicht die beste Änderung gewesen. Ich kann es vielleicht irgendwo verstehen, das macht das Spiel natürlich auch wieder ein bisschen geradliniger, also ein bisschen, ja nicht geradliniger, sondern einfacher für den Einstieg, weil man nicht irgendwie wirtschaftlich eine übermäßige Übermacht haben kann, indem man einfach die Stadtzentren perfekt strategisch in seiner Basis positioniert. Aber so richtig verstehen kann man es jetzt vielleicht nicht und da kann ich auch verstehen. Das fasst so ungefähr das Wichtigste zusammen in meinen Augen. Ich hoffe, ich konnte euch verdeutlichen, warum das ein Spiel ist, das ihr unbedingt gespielt haben müsst, wenn ihr euch für Strategiespiele und natürlich besonders Echtzeitstrategiespiele interessiert und auch sehr gute Storys. Ihr könnt mir mal eure Meinung sagen, wenn ihr das Spiel schon kanntet, was sagt ihr zum Retold, freut euch darüber, seid ein bisschen skeptisch, seht es generell als positiv an, das Spiel nochmal neu spielen zu können. Werdet ihr euch auch nochmal die alte Kampagne anschauen und die neuen Spieler probiert diese Kampagne aus, spielt dieses Spiel mal, seht über die Grafiken weg, guckt euch an, was die Animationen bieten, was die Fähigkeiten bieten. Dieses Spiel bietet euch wirklich wirklich viel und vor allem, wenn ihr die Age of Empires Spiele gemocht habt, werdet ihr hier zu Hause sein, ihr werdet das Interface kennen, ihr werdet dann nicht irgendwie überfordert sein und ihr erlebt halt eine super Story, in denen ihr deutlich unterschiedliche Faktionen kennenlernt, die euch immer wieder neu begeistern können. Schreibt das gerne mal alles in die Kommentare, lasst ein Like da, ein Abo da, guckt sonst auf die anderen Videos mal, Battle Realms, auch ein Klassiker und ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein!